dass wir wieder gescannt werden ich verfluche dieses spiel soll es in der hölle schmoren in der hölle soll es schmoren flucht des drecks game hat er nicht mal einen typ des fünf bekommen mit sieben power das eine güte und ein paar peniatas das könnte sogar knapp werden also wir sind immer noch bei null die hat nur drei power da ist oh mein gott wenn es jetzt wieder nicht hinhaut omg was für das jetzt wieder nicht hinhaut besser ist es gut das konnte gar nicht viel schlagen nächster charakter hat auch nur drei power da ist ja gut und rechts wenn ich das jut drüber trade geniale hat er auch zack battle pass vergessen aber drei power da ist kann man es zum glück nicht falsch machen vor allem nicht wenn man eh gescannt wird so wie hier nächster charakter hat ach der hat gar keine okay dann können wir direkt skippen hier haben wir zwölf hier kann man jetzt ein bisschen was machen hoffentlich die ganzen schon plus drei und trägt direkt noch die boots mit rüber in der hoffen dass er jetzt hier mal ein bisschen was klappt zack success und weiter geht's mit success und success und fünf mal success in a row will sich uns bei 100% fehlschlägt ach jetzt habe ich hier tatsächlich den battle pass doch vergessen verdammt aber wie gesagt eigentlich brauche ich es überhaupt nicht weil ich bin jetzt schon bei level 21 deswegen mache ich es tatsächlich nicht auf boodeng muss ich es wegen dem battle pass noch machen ok dann ist der ranger fertig ich könnte höchstens den bow noch machen macht schon einen unterschied ja ich glaube den bow mache ich nur auf vier jetzt keinen bock noch mehr power da ist zu verschwenden auch wenn es eigentlich fast 100% sicher ist ich glaube die waffen mache ich nur auf plus vier es kostet zu viele ressourcen gut und ist der ranger clockworks ready mit diesem imber equipment bam 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 dann auch ein paar pfeile kaufen ups das waren neun zu wenig keine sockel nicht wahnsinnig ich verschwende auch keine lightning 4 karte an diese trottel tja dann bild post der equipper als nächstes lc3 besitze ich nicht und es kostet trotzdem vier mio zwei sockel rein zu machen der hat noch meine materialien der hat auch keine power da ist o.m.g. ok dann reicht meine wir sehen gebundenen power da ist hinten und vorne nicht bis zum nächsten Mal ready helm nach fünf stunden damit das immer noch keine box gedroppt man erntet was man sät mr eser ich wünsche dir viel glück meine ich ich wünsche dir viel glück ich verfluche euch mit eurem instant kamer ja moin die power da ist reichen halten nicht mehr für das war die set wahrscheinlich wenn es alles ein success ist dann reicht es gerade so aber wir haben schon gesehen wie das laufen kann schon fertig und zwei power da ist noch über für den ag knuckle ich habe nicht drüber getauscht weil der hier unten war vergesst den gut und boom tja dann muss ich mir doch ein paar richtige power da ist opfern so leid es mir auch tut aber gut so viel sind sie als auch nicht mehr wert ich hoffe das investment lohnt sich clockbox der räudige der schuldet mir so viel der schuldet mir so unfassbar viel clockbox und schnell mal machen ob das fünf ja so so also das ist fertig mal Imber Equipment Gut, dann noch Jester und Blade, ja moin Ach, das geht ja nicht während dem Handeln Was ist das für eine dramatische Upgrade Musik, verdammt nochmal Wer hat den Dramatik-Schalter umgelegt? Ich bin jetzt nackt, wir haben den Dramatik-Schalter umgelegt Mal hab ich auch eh satt für Blade heißt Virian Und drei Teile heißen Virian und die gehören einfach Blain F Erst bei Coyntas oder bei... Ooooooh Ist bei mehreren Sets so, dass dann plötzlich ein random M dahinter steht Aber ich glaub, das ist nur in der deutschen Version so Na jetzt kein Bock mehr auf rüber traden Aber ich mach das sonst noch fertig und das beim Blade mach ich bei Blade Da müsst's passen Wie gesagt, das Swin Battle Pass ist hier nicht so wichtig. Damn, das sieht böse aus. 24k ohne Bastion, das ist schon gut, ist es okay, ausbaufähig, auf jeden Fall brauche ich noch mehr Power, da ist verdammt. Nur noch der Blade und bei dem empfiehlt mir noch einen Teil. Es kostet schon ganz schön viele Materialien, also viele in Anführungszeichen. Für mich viel, ich hatte vorher 8.000, Arons, jetzt habe ich nur noch 7.000. Das Fenster einfach breiter wird, nachdem die Erfolgschance angezeigt wird. Aber der Helm ist nice gestattet, 3 STR, 1 STR, ziemlich nice gestattet, dann habe ich so gedroppt. Ouch. Oh mein Gott, es sind noch 5 Power Dives auf die Exogen plus 1. Mal schauen, ob es reicht. Please, reich. Reich. Yes. Also ich hoffe, den Battle Pass vergessen. Ah, wurscht. Wurschti. So. Okay. Hey. Seid ihr bereit zum Angriff? Macht wahrscheinlich Instant Laser. Nope. Attacke. Meine Krieger. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich habe keinen AC, lol. Das ist mehr K, aber was mache ich? Hier rein muss er auf die 2, aber ich drücke die ganze Zeit 2 und es passiert nichts. So und Link Attack und Global Attack. So dass die Schadensstatistik mitten im Bildschirm ist. I love it. Und jetzt greift natürlich mein L und mein Psyon, die einfach nur am Rand stehen und gar nichts machen, weil das viel einfach so ein dummes Mist viel ist. Oh man. Ok. So. 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 wie das aussieht er ist seit 18.000 16.000 17 waren alle fast gleich viel damage lustigerweise musik passt auch dazu naja wir sind gerade bei den boss fight musik dingern aus genshin ja gut er geht runter wie butter ja 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 Also ich glaube, den Medium könnte ich auch schaffen, ohne dass einer stirbt. Hard ist dann schon ein bisschen tricky. Den Shavi nicht. Den Zero plus 2 für 11 Mio sofort kaufen, ja. Sogar plus 1 ist mehr als 11 wert. Der hat safe gedacht, das ist ein plus 1er, hat nicht nachgeschaut, nur nach der Farbe wahrscheinlich gegangen, der Dulli. Da ist die FWC-Patrick auf Burodeng, würdest du den doch so auch sofort kaufen? Ich hab den auf Burodeng nicht kaufen würdest. Mehr Kaba kann ich auch noch machen. Ich find's schön, dass wir endlich mal wieder was mit der ganzen Gede machen, Leute. Find ich echt schön. Mal wieder ein Clockwalks Run mit der ganzen Gede. Find ich wirklich toll, dass es endlich mal wieder geklappt hat. Echt geil. Das ist unsere Freunde. Man kennt mich. Ich... Ich spiel das Spiel nicht gern Solo. Ich mach gern Party. Ups. Immer diese Egoisten, immer nur Solo-Farben, ist echt so. Zeit, dass wir's denen mal wieder gezeigt haben. Eins, was mir grad nicht gefällt, ist die das in die Ecke drängen. Ich weiß gar nicht, mit wem ich da vorlaufen soll. Ich weiß gar nicht, wer hier angegriffen wird. Mainly. Ich dachte, das wäre der Blade. Okay, das ist auch der Blade. Guck dir, der Blade hat nicht mal vollset. Ja. Ich weiß. Wegen diesen verdammten Hannes-Gaun-Scammern. Ups. Okay, das Shop-Ding nervt ein bisschen. Shop bei CW aufmachen. Yes. Schau mal, Stone hat unsere ganze Gilde macht zusammen. CW, findest du das nicht toll? Community-Styler. Community-Styler's back. Das war's. 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 Das ist das, was du in ein zusammenspiel verstehst. Yes. Du etwa nicht? wird gut braucht man nicht halten noch zwei minuten also gt und sf bis dahin liegt er bis dahin liegt der er wäre schon längst tot ich habe nur noch so viel zeit gebraucht um die skis zu verteilen und so und geguckt ob ihr jeder gestattet hat das werde er schon lange dort ganz wie früher in solis alter mein blade war gerade fast tot sag ich doch dass er so viel der mensch machen kann bewerbt euch bei solis wir sind retarded er hat gerade fast mein blade geboren schattet gut er hat keine gowns aber das tut ihr nichts zur sache so dass es gott seiweise auch tot weißt du doch gar nicht du bist ja gar nicht im internen bereich floriert der disco nicht war atom erst gestern mit flor eine dreiviert stunde geredet hat mich ein nur du bist du in einer anderen geht jetzt schmuck plus drei nämlich 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 spaß 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 tschuldigung tschuldigung nein 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 ich würde nicht abschalten ich bin noch nicht up to date musst du hundert plus nachrichten lesen true bei der menge absolut nachvollziehbar ja das müssten unter zehn minuten gewesen sein ich glaube bei 55 habe ich angefangen anzugreifen jetzt ist es 47 also achteinhalb minuten wahrscheinlich das ist eigentlich so schnell aber gut es war auch unsere ganze gehte daran beteiligt aber ich habe noch irgendwo ein cs-pad draußen misst okay ich habe noch nichts aufgehoben gehabt eigentlich okay ich habe schmuck deaktiviert doppel drops trännte trash oh nein mein pensiero lag auch noch da okay triple dropper easy i take it triple dropper easy i take it für den blade nee den pensiero gehe ich tatsächlich mal im rm die hat nämlich hier noch in dem web des neuen drin drücken nr 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 nr